Hola! Laaaaaa! 2019, mein Gott! Es ist explodiert. Es ist artistisch, akrobatisch, wunderbar, musikalisch verpackt, ungemein erotisch. Mit mir hat es mega gefallen. Es war wirklich eine Hammershow von A bis Z. Alles passt. Er hat wirklich an nichts gefehlt. Ich bin meistens nicht aus dem Stuhl rausgekommen. Hammermässig, super Musik, super Artisten. Fantig. Er steht auf den Springs Glock. innocence ist eine Le spot. 拳